ja moin leute da ist er mal wieder dirty live wo ist ja ja und zwar mit dem 24 4 2024 aktuelle uhrzeit 11 uhr 9 aktuelle temperatur 18 grad was für ein datum ein wunderbares zahlen palindrom einmal im jahr gibt es das gibt es dazu in dieser form ja 24 04 24 das nächste käme dann quasi im nächsten jahr am 25 5 2025 ja warum ich mich melde leider nicht für die leute die jetzt das clip studio paint erwartet haben das können beim nächsten mal das ist jetzt versprochen dieses mal helde ich mich ja mit einer anderen sache und zwar in eigener sache ich möchte nämlich danke sorgen halt ich komme zurück ich möchte nämlich danke sorgen an alle die mir zu meinem 65 geburtstag gratuliert haben an alle die zu meiner geburtstagsparty in hamburg waren danke an alle die zur einweihungsparty von meinem fertig gestellten und bezugsfertigen hauswaren danke an alle die damit geholfen haben mit rat und tat ja die vielen guten ratschläge die ich da bekommen habe die vielen guten tipps und hinweise haben dadurch einiges bewirkt und geholfen da ja das so zu gestalten wie es heute ist gut dann natürlich noch dankeschön an roche und sofia in spanien besser gesagt oder genauer gesagt das spanische baskenland die hafenstadt bilbao die beiden hat mir ermöglicht dass ich ein paar kisten wein kaufen konnte die man sonst so als normal sterblicher mensch gar nicht bekommt ja und apropos wein dann stoße ich doch gleich mal an nochmals dankeschön an alle auf eurer gesundheit auf meine gesundheit auf dass es meinen feinden nicht so gut geht wie mir und auf dass es euren feinden nicht so gut geht wie euch in dem sinne zum wohl total lecker ja und was hat es mit den weinen auf sich damit könnte ich natürlich alle meine gäste sowohl zu meiner geburtstagsparty als auch bei der einweihungsparty des hauses die könnte ich überraschen habe die natürlich noch nicht gesagt was das für ein wein ist um den ihr urteilsvermögen nicht zu beeinträchtigen stutzig wurden sie nur wie ich den eingegossen habe und das musste ich den beiden freunden aus spanien versprechen dass ich den traditionsgemäß einschenken und die tradition besagt dass der eingießabstand zwischen glas und weinflasche also dem flaschenhals mindestens ein meter betragen muss das heißt ich musste da lange vorher üben und trainieren natürlich nicht mit diesen sündhaft teuren weinen weil eine flasche 150 euro na ja und das wäre zu schade gewesen wenn ich es mit denen probiert hätte da ja musste wasser herhalten und da ist eine menge eine menge daneben gelaufen bis ich das dann so beherrscht habe oder halbwegs beherrscht habe müssen was geht ja dann doch immer noch daneben na ja gut was hat das nun mit den weinen auf sich ich hatte schon gesagt bilbao das die eigentliche landeshauptstadt des spanischen baskenlandes eine kleine hafenstadt und dieser wein wird nicht ja in klassischen stile greift sondern am meeresboden am meeresgrund und da wird also so ein riesen aufwand betrieben oder muss betrieben werden ja man muss ja da runter tauchen um die flaschen zu drehen und zu schauen ob alles in ordnung ist ein jahr reifter und ja haben die ein jahr damit zu tun und wie gesagt weil der aufwand so groß ist da produzieren die nur 2000 flaschen pro jahr und verkaufen den also größtenteils eigenbedarf und ja und verkauft wird er nur so an handverlesene leutchen ja und roche und so viel die kennen diese leute gut und haben dann gutes wort für mich eingelegt und ja das also ermöglicht damit vermittelt dass ich da ein paar kisten abgreifen konnte natürlich nicht für einen geminterten preis pro flasche ich hatte gerade gesagt 150 euro und ja ich denke mal das schmeckt man auch heraus das sind ganz andere bedingungen unter denen der wein reift ein jahr lang ich denke mal normale reife zeit ist ein halbes jahr in so einer weinkellerei je nachdem was da für eine güte hat oder bekommen soll ja also das ist die haben euch beiden sorry ja also ja was gibt es noch zu sagen ja da war dann im nachhinein kam dann noch eine frage mit der jacht in hamburg die miete ich jedes jahr aber nicht für mein geburtstag das war jetzt nur die ausnahme weißer mein 65 war ich miete diese jacht jedes jahr zum geburtstag von meiner tochter moment jetzt muss ich mal näschen ja irgendwie doch frisch ja miete ich jedes jahr zum geburtstag von meiner tochter da passt das immer so von der zeitachse her dass sie jedes jahr macht ja mit den new yorker philharmonikern eine gastspielreise nach japan und ein tag vor ihrem geburtstag ist die rückreise da fliegt sie zurück zu ihrer familie zu ihrem wohnsitz nach miami ja und da hat sich das bei uns so eingebürgert seitdem ich nicht mehr nach amerika kann kann darf muss will ja kann sie das so einrichten dass sie da sich absetzt von ihrer gruppe und macht einen kleinen umbogen und zwischenstopp in hamburg da hole ich sie also vom airport ab und miete da diese jacht in hamburg das ist eine schöne große ordentliche jacht und ja und miete da auch das personal dazu immerhin man trinkt dann doch ein bisschen was unter anderem auch weinen und da sollte man sich dann nicht ans steuer setzen also deswegen gleich die ganze crew mit gemietet die das boot steuern und ankern was da alles so möglich und notwendig ist und natürlich auch das catering da gibt es stuart der uns dann ja nach strich und faden bedient gut die stewardess und ein steward ja gut also soweit so gut und wie gesagt zu ihren geburtstag da ist natürlich in der binnenalster der springbrunnen noch nicht an so wie das jetzt bei uns der fall war da ist er noch in der winterpause und ich habe da so ein deal mit dem bürgermeister und wenn wir da in die binnenalster fahren um diesen springbrunnen und das wetter gibt es ja es ist gerade kein frost dann schaltet er das für uns mal an und nach die die lichtbefeuerung und ja und dann fahren wir wieder retour also einfach einmal die binnenalster und diesen brunnen darum diese fontäne und dann zurück und dann gibt es noch ein glas sekt mit dem udo lindenberg das hat sich also eingebürgert wenn er da ist jedes jahr stößt damit an auf ihren geburtstag und er wohnt ja da gleich in seinem hotel dort an der alster und ja und dass das tolle ist da gibt es die nebengeschichte nicht ich habe den kontakt geknüpft sondern sie er war gerade auch in tokio gewesen mal und hat mit seinen freunden dort mal auch dort dieses japanische oberen haus besucht und da gab ja gerade die die new yorker philharmoniker dann konzert und die japaner verstehen das auch after show parties und da gibt es also ein tolles catering und ja da haben die sich kennengelernt da kamen die ins gespräch und ja und zwangsläufig kommt man dann auf die schönste stadt der welt hamburg und das auch der udo was und das sie mir ja ja immer so auf tuchfühlung an seinem geburtstag und ja und da hat sich das so ergeben obwohl das war überhaupt hat oder die wollte und hat auch sie überrascht und stand eines tages mal zu ihrem geburtstag am ufer ja so ist das dann und dann nächsten tag fliegt sie dann von hamburg zu ihrer familie nach miami gut so weit dazu und jetzt komme ich mal zu pote ach so das neue haus da hat sich ja noch bis kurz vor baubeginn haben sich dann noch änderungen ergeben und ich denke mal das passiert bei jedem so und ja schauen wir uns erstmal an hier als erstes da hatte ich ja vor hier diesen balkon mit einer rundverglasung zu versehen also 180 grad und hatte da keine firma gefunden die das machen konnte und kurz vor baubeginn hat sich eine firma bei mir gemeldet die haben mein video gesehen und das ist die firma die im leipziger zu dieses 360 grad aquarium gebaut hat die haben sich also bei mir gemeldet haben gesagt hier wie könnt ihr das machen entweder als segmente oder als ganz verglasung in einem stück aber sie war natürlich fair player sie haben gesagt persönlich würden sie mir abraten von so einer rundverglasung weil das säubern und andere wartungen an dem glas wäre kompliziert wäre nicht so einfach sie hielten die variante die ich dann hier als alternative ausgewählt habe mit diesen planaren scheiben hielten sie für praktischer von beiden seiten also innen außen so ein wischroboter dran der sich da ansaugt und dann ist das in wenigen stunden dann erledigt und dann wird das wieder nato nano versiegelt und hat man ruhe diese roboter funktionieren also nicht an diesen runden dingern da diese und schreiben was sie mir angeboten haben wenn ich jetzt für mich für diese variante entscheide diese planare dass sie da noch ja eine beheizung einbauen also dass die scheiben beizt und auch getönt sind und führer und so ist es dann geschehen so das war zudem und jetzt komme ich mal zu der ersten änderung und zwar ist das hier dieses häuschen für den swimming pool da ist ja drin die ganze anlage die apparatur für filter also filteranlagen gegen alten und bla 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 und natürlich auch diese apparatur für die gegenschwimmanlage und die heizung natürlich auch die umweltpumpe und alles was dazu gehört das war auch mein mein erster plan gewesen das häuschen hier hinzusetzen aber da habe ich das dann verworfen weil hier dieser weg wäre mir dann versperrt gewesen und hätte jedes mal hier außen herum laufen müssen um den pool herum ja und weil ich ja so eine fahle socke bin dachte ich mir okay das häuschen kommt hier hinter hier steht ja das habe ich also dann doch verworfen weil und jetzt komme ich auf das was ich am anfang gesagt habe wo viele ja doch mit ihren ratschlägen kamen und gesagt haben hier warum machst du das nicht schön so und ja man sieht es jetzt hier schon tür tür und damit ist der durchgang hier möglich muss man also nicht außen rum gehen ja und dann hatte ich natürlich nur noch im visier diese winter geschichte möchte ja auch im winter der pool ist ja beheizt und möchte ja dann auch im winter schwimmen und da hatte ich mich ein bisschen gefürchtet da bei minusgraden dann hier über die terrasse dann in den pool rein und das ist nun erledigt komme ich also aus der garage hier durch diese tür über das sprungbrett ins rhein rück zu natürlich dann der kurze weg hier heißen pool raus und dann hier wieder rein gut das muss man natürlich dann ja davon werde ich nicht sterben denke ich mal so was sich allerdings daraus ergibt ist diese geschichte hier ich wollte ja in der garage zur küche hier hinten an der wand lang ein gleis verlegen und in dem gleis sollte eine lohe laufen oder so ein plattenwagen und das wäre dann alles mit gleiskontakten und sensoren lichtschranken und so weiter entschalter versehen worden wo ich dann quasi ja das transportgut aus dem kofferraum raus und dann auf diesen plattenwagen und dann ab in die küche ja das geht natürlich jetzt nicht mehr aber dafür man sieht es ja schon kleiner plattenwagen der macht es dann ja und damit kommt man die küche und ja und gibt für alles vor und nachteile die gleise setzt sich ja doch mal zu mit dreck und so weiter und dann wird es dann schwergängig und ja ja und dann kann man hier ja nun rückwärts in die garage rein fahren immerhin dieses zeugs diese fässer mit denen an die alten mitteln und so weiter das liegt ja auch ein bisschen und da muss man nicht ja durch den ganzen garten laufen mit dem zeug gut was haben wir noch ja die hauptänderung man sieht es ja schon ganz deutlich in meiner planung ging das haupthaus hier mit den beiden etagen war das bündig mit dem hier wo ich mit dem haus hier ein bisschen rum wackele das war bündig da sagte dann jemand zu mir mensch was willst du mit so einer riesigen terrasse die putzte bloß und na gut die wird gewaschen die wird mit schlauch abgespritzt aber so richtig effektiv nutzt man das gar nicht ja also fußball spielen gibt es niemanden bei mir und oder andere welche große sportarten wo man so viel platz braucht warum baust du das heißt nicht durch bis vor ja wie man sieht ist das auch geschehen da ist immer noch riesige terrasse da und allwetter tischtennisplatte ja und wenn ich jetzt mal in das haupthaus reingehe das sieht jetzt gar nicht so so groß aus das wirkt hier jetzt hier alles ein bisschen kleiner aber ich fahre noch mal raus ah ja balkon habe ich auch noch hier durchgezogen da hatte ich ja so ein schieferdach hier so ein schrägdach und das sah alles ein bisschen doof aus und ja deswegen balkon hier rum und ja jede menge platz ja und wie gesagt das wirkt alles sicher ein bisschen kleiner das sind von der vordersten kante bis zur hintersten könnte 45 meter das ist schön heftig ja also viel platz und ja was mich gestört hat ich bin es ja nun jahrelang gewohnt meine computergeschichte alles so schön ein bisschen gemütlich um mich herum gebaut und auf engstem raum damit ich alles schön in griffen her habe da hatte ich ursprünglich eben hier in dem großen raum hier so meine computerecke gebaut aber das hat sich verloren also ich kam mir da verloren vor in diesen riesengroßen raum und das war ungemütlich und deswegen habe ich mich wieder hoch verzogen ins schrägdach hier habe ich allerdings das fenster nicht eingebaut was man jetzt hier ja hier sieht man so ein bisschen schrägdach fenster habe ich mich also über die garage habe ich mir da so ein kleines zimmerchen eingebaut und ja viel gemütlicher hier geht natürlich auch noch eine tür durch in die garage in das dachgeschoss rein das ist alles durchdacht und ja der aufzug da fahr ich jetzt noch mal runter den hatte ich ja ursprünglich hier so ein bisschen eingerückt gehabt warum auch immer ich weiß es nicht aber den habe ich jetzt hier hinter versetzt na klar wegen der aufzugsanlage ich hatte ja geplant eine riesengroße aufzugstrommel also so eine seiltrommel und aufzugsmaschine ja das habe ich alles so aus dem erstangeboten heraus so von der bemaßung her von der maschine her das war ein der seil aufzugs rolle alleine zwei metern durchmesser das ist also ja eigentlich lasten aufzugsmäßig und so riesig brauchte ich das gar nicht das geht hier alles über eine kleine anlage und die hat es mir nun ermöglicht zeigt das gleich den schacht einfach bündig hier vorne mit der frontwand zu gestalten bisschen keller runter und jetzt fahre ich mal hoch das heißt der eingangsbereich und jetzt die obere etage ja und so sieht das ganz praktisch aus und ich hatte befürchtet dass ich dann hier drüben irgendwie über ja wo ich jetzt mit der maus lang fahre über die balkontür dass ich da hätte so noch mal so einen schacht bauen müssen mit dieser seilzugsanlage aber ja bei dem gewicht was ich da transportieren will hoch und runter ja sieben personen zugelassen sieben personen großzügig mit 100 kilo pro person also 700 kilo traglast und das ganze mit sicherheit eine tonne eine eine tonne traglast und da hat das gereicht die ganze aufzugsanlage hier oben in diesem modul unterzubringen das ist also wesentlich kleiner diese aufzugs rolle diese seil rolle und so weiter ganz am anfang wollte ich ja hydraulik stempel machen aber dann hätte ich hier noch weiter tiefer schachten müssen müssen und dann diese ganze mechanik in dem grundbereich also unter diesen boden hier unterbringen müssen und dann mit hydraulik öl dann immer wie so ein stempel nach oben den aufzug hoch und runter fahren aber ich habe mich doch für die andere variante entschieden seilzug und ja hatte ich angst wegen lärm dass das richtig krach macht aber das ist es nicht ist es flüsterleise man hört es nicht und ja die zeiten ändern sich die technologien ändern sich und ja und das ganze jetzt nochmal ja im gesamtanblick ja hier wasserfall das sieht natürlich jetzt bisschen wuchtig aus hier aber es ist formschöner im original da hatte ich nur nicht die zeit das werde ich irgendwann mal machen wenn ich die zeit habe das mal originalgetreu aber das ist hier der wasserfall und da kommt also ordentlich wasserstrahl raus also das ist eine mega dusche wenn man das so nimmt und an den seiten habe ich überall noch mal massagedüsen eingearbeitet und hier hinten das kann man jetzt nicht sehen sonst hätte ich das jetzt hier noch transparent transparent machen müssen hier ist doch mal so eine chill oase also da ist wie so ein nochmals wie so ein sockel so ein absatz wo man sitzen kann und auch mit ja massagedüsen sich was wohlfühlen kann ja gut was ich jetzt hier auch noch nicht eingezeichnet habe oder dargestellt habe das sind jetzt hier die beete ich möchte ja was anbauen kräuter kräuter bete und dann so ein bisschen edel früchte himbeeren und dann hier bei dem restlichen stück wie gesagt das wirkt jetzt hier alles ein bisschen kleiner das ist ein riesen grundstück das ist wirklich der wahnsinn und hier ist dann der abreitplatz für die pferde so ja gut habe ich nur noch was vergessen noch mal ganz kurz gucken habe ich nichts vergessen habe ich nichts vergessen gut dann darf ich jetzt noch mal jetzt bild weg habe ich jetzt nicht aufgepasst ja ich könnte es ist noch mal zeigen ein bisschen mit ray tracing da wird die grafik noch mal ein bisschen aus allerdings hat die jetzt hier den nachteil jedes mal wenn ich jetzt hier das bild bewege bei der das wieder komplett neu errichtet das neue ja und hier habe ich ja schon mal wo jetzt mein neues haus steht da habe ich ja schon mal gearbeitet habe mich in die gegend verliebt in die wunderschöne berglandschaft das war gigantisch wenn ich da früh aus dem hotelzimmer geguckt habe aus dem balkon raus oder in der arbeit aus der garderobe raus und als erstes dieser blick auf diese gigantischen berge das war für mich immer wieder atemberaubend das war das gefühl kann man gar nicht beschreiben und jetzt habe ich das quasi jeden tag hinter meinem grundstück ich denke mal nicht dass das zur gewohnheit wird dass man sich an diesen anblick gewöhnt denn je nach witterungslage ob die sonne scheint ob es schneit ob es regnet oder so halb ist unten schneit und oben scheint die sonne oder umgedreht wie auch immer das sind jedes mal neue eindrücke die man da bekommt und ja das ist einfach gigantisch ja also hier ist auch noch getöntes glas reingekommen aber so gelblich grün gelblich da hat man selbst bei schlecht wetter immer den eindruck dass die sonne scheint das ist so gewollt und das dach ist auch nano versiegelt da perlt also sämtliche feuchtigkeit ab und schmutz haftet da auch nicht an und das muss wohl ja bis alle halben jahre wenn man das gut macht bis alle halben jahre erneuert werden ja schauen wir mal hier das dann aussieht ja so lange wie ich drehe da rechnet er immer wieder neue die bilder und dann mit der krisel weg ist ja dann hat er das berechnet dann schauen wir mal hier ja gut gerne hätte ich jetzt ein paar bilder gezeigt die inneneinrichtung ist auch gigantisch geworden mit echt kabinen und ja allen dummen dran aber da hat man mir abgeraten solche bilder zu veröffentlichen weil da könnten einige leute auf ganz schreckliche dumme gedanken kommen und deswegen bleibt das jetzt hier so im 3d modell und vielleicht irgendwann einmal komm ich dann doch mal mit original bildern mal schauen wenn es schön ist auf alle fälle nicht so wie jetzt so trüb regnerisch wolken fahren nebelig aber im sommer dann bei strahlenden sonnenschein dann werde ich mich bestimmt mal da rumreisen lassen und da mal ordentliche fotos zu machen und die dann auch mal zu zeigen apropos zeigen zeige ich mich nochmal hier bin ich und nochmal zum schluss nochmals vielen dank für alles an alle dass es euch gut geht dass ihr gesund seid oder gesund werdet und dann gesund bleibt wie auch immer also auf eure gesundheit auf meine gesundheit und nochmals unbedingt ganz unbedingt dass es meinen feinden nicht so gut geht wie mir und dass es auch euren feinden nicht so gut geht wie euch in dem sinne zum wohl ja das ist nochmal dieser wein der da auf dem meeresgrund gereift ist da habe ich noch ein paar flaschen und ja wer gerne möchte der kann oder wer möchte der kann gerne nochmal vorbeikommen auf dem glas wein solange wie ich da noch ja Vorrat habe lade ich da auch gerne ein und teile ja insofern nochmal danke an alle alles Gute und das war der Dilliv immer noch am 24.04.2024 mittlerweile die uhrzeit 11.43 Uhr alles Gute und Ciao Ciao